Herzlich Willkommen zurück Leute! Neue Runde! Fortnite Battle Royale mit Kunan, Kapuz und Alex! Hallo! Guten Tag! Hallo! Der coole Squad von Ant-Man und uns. Es ist ruhig! Da gibt es keinen Krieg! Wow! Nix gefunden! Eine blaue Shotgun auf 4 Loot Spots. Also ich meine die Shotgun ist natürlich super, dass ich die gefunden habe, aber... Bitte! Ich habe noch eine AR gleich. Deine neue Lieblingswaffe. Filtern habe ich auch noch kleine. Eine AR liegt bei mir. Bei mir liegt eine AR und eine AK. Bei mir liegt eine AR und ein M4. Oben. Dalo, wenn du mein M4 willst, ich droppe das Fenster. Und das hier auch noch. Achtung! Und da kommt du! Hast du ihn? Ja, ja, danke. Ja, ja, danke. Was ist los? Einen kleinen Schild habe ich dann jetzt noch. Ja, Pertus, findest du sie nicht. Otto. Container wird gebaut. Da machen wir immer. Ich schack nur. Hat mich auch geschossen. Ist der da oben? Ne. Kann noch nicht. Ja, der andere ist nach oben. Ey, wo schießt der, wenn der im Viergrad hin? WTF? Der Schuss geht ganz woanders hin. Ich bin runter. Er fliegt. Ne, ist nicht runtergeflogen. Ne, ich bin runter. Jetzt. Weil es auch nicht ganz unfreiwillig war. Den habe ich auch. Die sind immer noch nicht da. Da kommt der nicht. Im Container ist noch ein 4 bei mir. Oh. Hast du sie gemacht? Ich habe schon. Ich habe schon. Okay. So, ein Charme halt. bin ein Hoppelhäschen. Hoppelhäschen? Magst du meine Blume angreifen? Ne, danke. Aber gut. Sowas macht man nicht. Ja. Dann geht zum Haus ganz links. Jo. Straße, ne? Ja. Ah, jetzt weiß ich das, was für ein Fehler ist, wenn man keine Waffe in der Hand hat. Die bleiben dann in der Luft stehen. Okay. Oh, da hat er gebaut, glaube ich, gell? Und ran. Unsere Buben zählen auf uns. Wie ist das Ding weg? Wie ist der Hund da? Ja, dann. Loll. Loll, die waren alle in einer Haie. Loll. Ja, dann. Wie hell war das denn gerade? Ich musste einfach nur schießen. Dad, ich habe was für dich. Was denn? Ah, die habe ich schon. Okay. Kann er irgendeinen anderen nehmen, wenn er will? Okay, auch schon. Dann nehme ich sie wieder mit. Ah ja, wie viel habt ihr? 155. Ich habe 158. Ich würde vielleicht bloß hergehen. Sonst würde ich was nehmen. Das sah so lustig gerade aus. Ein von einer Reihe, die drei. Äh. 50. Vielen Dank. Jo. Jo. Jo Valerie, welcome. Die haben hier schon alles gelootet, ne? Ja. Das Haus hier wollte nur noch rein. Bei mir funktioniert das Wasser im Moment. Also das Warmwasser im Moment nicht. Wie kalt mir ist. Du bist dran. Du müsstest kochen. Oder wie? Ja, meine Vermieter sind weg. Das war ich, sorry. Haben einfach was ausgestelltes Wasser. Nein, nein, nein. Aber der Boiler hat bei denen was. Und irgendwas hat nicht funktioniert. Das haben sie repariert. Und jetzt in der Zeit, wo sie weg sind, funktioniert es wieder nicht. Und ich kann eigentlich in den Keller. Geil. Du musst nur weniger Miete bezahlen. Ja, kann ich verlangen, aber ich ziehe eh beide um. Das heißt, ich hoffe, das kann ich als Ausrede für, wenn sie sich die Kaution irgendwie behalten wollen. Links, Gegner, Osten. Oh wow. Die haben versucht, die haben versucht den Jump zu machen mit der Rakete. Der eine hat sich gerade selber weggespringt, ja. Aber nie, ist nicht gelungen, da ist... Ah, okay. Einer ist noch oben. Da ist auch einer. Be careful, boys. Alter. Einer, zwei, Hilfe jetzt gekriegt. Oh, wow. Der hat mir gut gehen, du Schwein. Man hat rechts, der mit Schild bekommen. Ich hab noch was im Appell. Ich hab 23. 20. Oh, ich hab sogar mehr als... Dalu, komm! Wow! Einer links, Low. Ich will ihm das Ding wegschießen, damit du... Ich hab den Raketen, wir haben einen Typen tot. Ich hab einen down. Okay, kann man den nicht bauen. Noch einer down. Einer nach links rüber. Nur noch einer. Nur noch einer. David. Woo! Hier was zum Heilen für uns? Bandaren. Ja, Bandaren. Achso, ich geb sie dir. Ich teile sie gleich. Nimm meinen Loot mit. Bist du tot? Red Red Module. Typisch'n Scheiß. Ah, das ist doch behindert. Wo bist du denn? Dahinten. Achso. Kuno, du brauchst drei, oder? Ja. Ja, ich bräuchte... Warte, ich stopp. Ich stopp hier. Ich stopp dir... Nein, Dalu rennt weg. Soll ich stehen? Ja, ja, klar. Der hat gar kein Bettenmodul. Der will einfach nur nicht mehr. Pizza ist kommen. Ah, kein Bock mehr. Tschüss. Ach, jetzt ist er gepratzt. Ja, auf geht's. Hören wir die Runde für Dalu. Wie weit er noch gerannt ist, guck's dir das mal an. Das ist halt echt doof. Wir müssen eh relativ... so ein bisschen in die Richtung. Ja, das ist... Eine Reconnect-Funktion. Sehr schön. I know. Ein Windows-Problem. Willst du eigentlich Vollbild-Fenster oder Vollbild? Oh. Vollbild-Fenster. Was ist, wenn du das mal auf Vollbild nicht machst? Dann würde ich das Spiel nicht spielen. Weil? Äh... Ich kenne mich zuwähig aus. Das soll bestanden funktioniert sein. Dann würde ich das Spiel nicht spielen. Der ist der Gag nicht gegeben. Dafür ist was? Geht doch der Sinn. Dann würde ich das Spiel nicht spielen. Ja, aber dann kannst du es wenigstens spielen. Ja, aber dann will ich es nicht spielen. Dann ist das in der Hölle-Wiel. Dann muss ich das in der Hölle-Wiel. Dann gibt es ja noch ein Racken. Dann gibt es doch ein Racken, imili. Dann gibt es doch ein Racken verzweifel. Dann gibt es doch ein Racken. Du musst den Schlöp, also einer von den ich war. So ne, dann nehme ich den Schlöp, dann nehme ich den Schlöp, weil ich hab... Darf ich noch Arketen stehen? Und dann trägst du den, das macht mir Sinn. Äh, ich hab vier Raketen. Ja, ich nehme mich mit, oder? Ich hab den Lenkbaren halt, ne? Da hab ich noch Arketen, ne. Achso, du, ne, dann. Also, du kannst auch den nehmen. Mir ist egal. Ne, ne, pass auf, ich job dir einfach die Raketen und dann passt das. Wir sind eh hier schon in der kleinen Zone. Guck mal, wie die Zone ist. Die Hälfte ist auf dem Wasser. Stimmt. Ja. Aber wo sind denn dann die Gegner? Wir sollten uns irgendwas hier aufbauen, glaube ich langsam, oder? Hier so? Bei dem Truck? Mal machen. Oh, hier, kann ich bauen. Ja, nur 19 Raketen, ich weiß nicht, ob ich die schon zum Spot nehmen sollte oder nicht. Oh Gott. Ich hab' ich dann selber gesprengt, geil. Alexander? Obwohl ich nicht... Oh, oh, okay. Das ist aber super verpackt gerade. Ich brauch' ich dir mal... Alexa, stopp! War das? Ich bin, hab'n Lack gehabt. In Ordnung. Ich bin auf dem Desktop geleitet und der hat geschossen. Ich hab' den aber gut gegeben, den Boss. Wenn ich den mal treffen würde, wär' das nice. Ich hab' zwei guten Hits gemacht. Ich hab' zwei guten Hits gemacht. Ja. Ja. Aber ich schieße dir auf uns. Ne, ich schieße auf sie. Ja, aber haben wir uns schon gesehen? Sorry. Das war aber ein einzelner, der andere kommt da noch. Okay. Ich hab' noch mehr. Ich hab' ein bisschen gewundert irgendwie. Sniper? Da, Alex, was steht? Ich hör' dich grad' nicht, wegen der Raketen. Hast du die Sniper gerade? Ja, ja. Wow! Sniper ist rechts am Haus, glaub' ich. Ich hab' nur 14, 13 Raketen. Hinter uns auch, 240. Ja, da seht ihr die Rampe gerade, ne? Und da? Okay. Sieh' nochmal von dem Feld. 35 A, 35 A. Ja, das ist nicht ganz rechts. Einen hab' ich. 35 A, 35 A. Die lassen mich alleine. Dann find' ich den. Da hinten komm' ich nicht mehr hin, wo die sind. Ja. Haben wir noch Raketen? Da oben. 4. Die Leute, 70er Schildhit. 6 Raketen hab' ich. Brauchst du Sniper? Äh, ne? Da gut hat auch noch welcher. Ich empfehle. Achso, du bist für mich. Also, was war jetzt eigentlich hier mit den... 240? Äh, 60, 75 wird gebaut, glaub' ich. Ja, das sind die. Wie sieht's bei euch aus? Ich hab' gerade massig verschossen. 230. Äh, kaputze kann ich nicht. Kannst du mir irgendwie 50 oder so noch geben? Ich hab' noch Schildtränke, glaub' ich hier unten jetzt. Und dann sollten wir in die Zone. Ja. So, hab' ich jetzt die Schildtränke. Kaputze solltest du dir holen. Oh, ja, ja. Sonst noch irgendwas? Was? Okay, dann ist die Schildtränke. Alter. Wie das aussieht, ey. Nur sind die Typen hinter uns. Hinter uns seh' ich nicht mehr. Na, keine Ahnung, hinter uns seh' ich nicht. Das Ding war da nicht so geplant, aber egal. Okay. Ja. Wo haben wir sie? Ja, wir waren jetzt einfach gerade erstmal auf die nächste Zone, oder? Jo. Ja, ja, ja. Wer denn immer noch drin? Ja. Ja, Alex. Hallo. Na, ich guck mal, wo die da hingerannt sind, da hinten, ne? Mach' mal. Ey, hinter uns, Süden. Äh, auf offenen Feld. Na, ich seh' die sind ganz weit weg, die anderen. Hinter uns waren welche schwerste von denen. Don't believe me. Ich bin im Sumpf da hinten, ich seh' sie. Äh, nee, oder? Das erste Push? Ja, ne? There you go. Ah, die anderen sind super weit weg. 35er. Mach' den Baum weg. Mach' den Baum weg. Mach' den Baum weg. Das war aber nicht der, den ich gesehen hab'. Ich seh' keinen anderen. Mhm. Ich hab' aber, ich hab', ich glaub' der ist, ich glaub' der ist in diese Richtung. Oder hinter dem Baum daneben. Ich hab' nicht genug Munition, dass ich hier irgendwas zerschießen kann. Okay, ich hab' da einen auf jeden Fall laufen sein. Seht ihr im 60 da dieses Haus, da sind die anderen. 60? Das ist da ganz hinten? Ja, das gebaut, ja. Also, quasi auf dem Boden? Ja, links. 60. Das hat er gebaut. Ah, ich seh' den anderen. Ich seh' den anderen. Jut, wieder. Er ist getroffen. Einmal der Slow. Oh, schade. Alex, get it boy! Wir müssen nur darauf achten, dass meine Wand nicht weggeschossen wird. Ah, die anderen kommen näher. Richtung 60. Aber immer noch weit weg. Alex, hast du ihn? Jupp. Ja. Jetzt haben wir nur gedownt. Ja, okay. Ah, okay. Ah ja, der da hinten kommt. Sollen wir routen und denen den Loot holen? Nee, nee, nee. Aber der andere ist auch da, der andere Maid. Die andere Seite bewegt sich jetzt auf uns zu lang. Lachen wir wieder mal. Der hat gebaut. Oh, so knapp. Die Geräusche von Alex, ey. Ja, ey. Die ganze Kigli-Bim-Bim-Bim-Bim. Wollen wir gleich hochkommen? Über den Hügel. Ja, da waren sie. Schade. Genau, das ist so. Raketen fliehen tief. Hehehe. Hehehe. Da hockt er. Komm, mach er drinnen. 35er Hit. 35er Hit. Nochmal ein 35er Hit. Nochmal 35er Hit. Boah, der hat nichts mehr, der Autonaut. Ich hab einen, glaub ich, gefinisht. War nicht nur meine Absicht. Ich hab einen, glaub ich, gefinisht. War nicht nur meine Absicht. Ich hab ihn. Der andere ist da irgendwo Richtung Osten. Also da, wo ich jetzt hinschieße. Da, so muss er sein. Ey, guck doch nicht. Ich glaub hinter dem Hügel, da vorne. Da. Ich glaube da war, da war er. Ja, soll Alex gucken? Hier sehe ich nichts. Links soll laut kaputzen. Jetzt in unsere Richtung wieder. Ja, ja, ja. Ja, ja. Wahrscheinlich ist da jetzt über Alex daneben. Nix zu sehen. Ah, da muss irgendwo einer sein. Ah, wir müssen die Zone, fuck. Oh, wir müssen in die Zone, ja. Okay. Wollen wir Loot holen? Wollen wir debatieren? Ach, Quatsch. Nein? Oh. Wo kommen die hin? Hier, wo ich jetzt hinfliege. Ja, ich sehe ihn. Ah, ja. Genau geradezu 60. Darf ich mal die richtige Waffe in die Hand nehmen? Ich hab ihn gehilft. War der letzte, war tot. Ist tot. Er ist komplett tot, ja. Einer noch. Boah. Nice. Na ja, von hinten. Südosten. Der hat auch einer. Oh. Okay, da hab ich. Außer der Zone ist fast tot. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Der war schön. Das war echt gut. Also die Runde war noch ganz kurz. Ah. Wir haben das Spiel. Vier Kills. Siebenhundert... Sechs. Guckt auf jeden Fall bei den anderen vorbei. Genau. Tschüss. Tschöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö